So, hier habe ich mal wieder was bei Lebensmittel-Sonderposten bestellt. Das ist Nestle Quality Street Match Markers. Oder Makers? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall kann man da halt... Zack! Zwölf Bags. Ein paar habe ich schon rausgenascht, weil die so gut sind. Und deswegen sind jetzt nur noch zwei, vier, sechs, acht Stück drin. Weil vier Stück nützlich einfach schon essen. So, jetzt zeige ich euch mal, was da drin ist. Auf jeden Fall kriegt man zwölf von diesen Bags hier für ein paar Euro. Ich glaube, die sind auch schon abgelaufen. Ja, einen Monat abgelaufen. Das sind einfach nur so eine Minzstangen. Schmecken in etwa so wie... Ja, After Eight halt. After Eight nur, dass die Minze da drin ist, nicht flüssig ist, sondern... So, dann öffnen wir die Stängchen mal hier. So sehen die Teile aus. Gut, weil die jetzt abgelaufen sind, sind die schon ein bisschen weiß. Was aber am Geschmack, denke ich mal, nichts verändert. Die sind wirklich sehr pfefferminzig. Die sind auch, soweit ich das weiß, nicht für Deutschland hergestellt. Eigentlich für das United Kingdom, also für England halt. Oder Großbritannien oder ach, was weiß ich. Sind aber auf jeden Fall richtig lecker. Kann ich jedem nur empfehlen. Geht einfach mal auf lebensmittelsonderposten.de Findet ihr englische Süßigkeiten? Nö. Ich hab jetzt gerade nichts weiter zur Hand. Obwohl, doch, hab ich. Das kommt im nächsten Video. Cadbury Break Bar. Ist auch für England und ist aber, das ist glaube ich, auch noch nicht abgelaufen. Oder? Doch, einen Monat abgelaufen. Auf jeden Fall, wo war ich denn jetzt? Jetzt habe ich es vergessen. Von dem Tags. Wenn ich meine Videos überarbeiten will, würde ich jetzt nochmal neu anfangen. Aber ich hab keine Lust. Wie gesagt, schmeckt in etwa wie After 8. Oder wie diese Mint-Stangen, die man überall kaufen kann. Bei Aldi, bei Netto, überall. Aber kosten halt nur ein Bruchteil. Wie gesagt, 12 Packungen. Also über 1,2 Kilo. 4 Euro, glaube ich. Ich weiß es nicht. Vielleicht waren die auch ein bisschen teurer. Aber ist nicht schlimm. Ich werde euch das verlinken. Kann ich jedem nur empfehlen, der auf Pfeffermünze steht. Unter dem Video ist der Link. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis denn dann. Ciao. Deid bakın. Ich hätte wohl auch noch einen schönen Tag. adoption.